Ja, guten Tag, ich freue mich, dass ihr alle hier schön seid. Heute möchte ich Ihnen euch etwas erzählen über freie soziale Netzwerke. Mein Name ist Carsten Neumann, ich habe Informatik und Journalismus studiert. Ich arbeite als Softwareentwickler und schreibe gelegentlich für diverse Fachmagazine, Artikel im IT-Bereich. Und Hauke, einer der Mitorganisatoren dieser tollen Veranstaltung hier, den bin ich in Hamburg und in Berlin häufiger mal bei Open-Source-Projekten über den Weg gelaufen. Und der hat mich einfach mal hierher eingeladen, damit ich ein bisschen was erzähle. Und der Hintergrund für diesen Vortrag, das ist eigentlich ein ganz aktueller, weil ich war letztes Jahr auf dem Chaos Communication Kongress. Das ist ein Kongress, der vom Chaos Computer Club veranstaltet wird. Und der läuft immer zwischen Weihnachten und Neujahr. Und dort treffen sich eigentlich Hacker, IT-Sicherheitsspezialisten und auch Interessierte. Und der ist letztes Jahr von Berlin nach Hamburg umgezogen, ins CCH. Und in Berlin waren es immer ungefähr so 500, 600 Leute. Und in Hamburg waren erstmals so 2000 Leute, weil im CCH sind die Räumlichkeiten viel größer. Und der Chaos Communication Kongress, der war natürlich sehr geprägt unter den Enthüllungen des NSA-Skandals von Herrn Snowden. Und die Hacker waren natürlich alle entsetzt, weil einerseits haben die Hacker schon immer davor gewarnt, dass uns die Geheimdienste alle überwachen und dass unsere Daten alle missbraucht werden. Auf der anderen Seite hat aber keiner damit gerechnet, dass es wirklich so massiv unsere Daten überwacht und ausspioniert werden. Und eigentlich waren alle hellauf empört. Und dann haben sie natürlich alle erst mal auf Facebook und auch auf Twitter erzählt, dass das ja alles ganz schlimm ist, dass wir von der NSA überwacht werden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber warum erzählt ihr das dann auf Facebook? Wir wissen doch alle, dass Facebook mit der NSA zusammenarbeitet und dass alles, was auf Facebook landet, auch bei der NSA landet. Und dann gab es ja auch einige Live-Schaltungen. Also Glenn Greenwald hat ja geredet und auch Julian Assange hat auf dem Kongress geredet. Und die waren per Skype dazu geschaltet. Und von Skype wissen wir auch alle, dass es von der NSA überwacht wird, dass es dort Trojaner hinter Türen gibt und so weiter. Also Skype ist eine properitäre, nicht sichere Software, inzwischen von Microsoft betrieben. Und es gibt jede Menge Open-Source-Videokonferenzprogramme. Und dann sage ich mir, wenn ich jetzt schon auf dem Chaos-Communication-Kongress bin, dann könnte ich doch auch so eine Open-Source-Software verwenden. Und vielleicht kennt einer von euch den Applebaum. Mir fällt gerade sein Vorname nicht ein. Das ist ein Programmierer, der in Berlin wohnt und der am Tor-Netzwerk mitprogrammiert, also eine Software zu anonymisierten Surfen im Internet. Und der sagte auch, es gibt Alternativen, die man verwenden sollte. Und ich habe mich dann gefragt, ja, warum verwendet die keiner? Und dann habe ich in einem Blog auch einen, naja, ein bisschen giftigen Artikel darüber geschrieben, dass ja gerade von den Hackern hätte ich eigentlich mehr erwartet. Und da gab es dann auch relativ viele Reaktionen drauf. Und die Reaktionen, die kamen, waren dann, mach es doch besser, wenn du es besser kannst. Oder Glenn Greenwald ist ja nun kein IT-Spezialist. Und der ist kurzfristig dazu geschaltet worden. Und da konnten wir nichts anderes nehmen. Und viele haben aber auch gesagt, ja, aber ich habe ja Freunde bei Facebook und die will ich ja informieren und so weiter. Und wenn ich jetzt woanders hingehe, dann erreiche ich die nicht mehr. Und das waren eigentlich so Reaktionen, die hätte ich jetzt so nicht erwartet. Auf der einen Seite sage ich natürlich schon, nicht jeder, der zum Chaos Communication Kongress hingeht, der weiß auch über die ganze Problematik Bescheid. Aber ich habe wirklich mit Leuten geredet, die wirklich Informatik studiert haben und die auch als Hacker arbeiten, die im Open-Source-Bereich tätig sind. Von denen hätte ich eigentlich mehr Interesse und Akzeptanz erwartet. Ihr dürft jederzeit Fragen stellen. Ich würde nur einen Vorschlag machen. Einfach, es gibt eine Sammlung über Alternativen, die nennt sich Prison Break. Ja. Das ist einfach nur die Webseite, sodass alle, wenn irgendjemand... Hier mal, Entschuldigung, okay, das gibt es eine Webseite, die Alternativen auch zeigt. Ja. Zu Alternativen, wenn man Android, um frei zu kommunizieren, zum Beispiel Alternativen zu Skype, zu Facebook, zu Twitter und so weiter. Sehr tolle Seite. Das heißt einfach nur, man will halt Prison in Anlehnung an dieses Überwachungsprogramm, das zu zerstören. Ja, sehr toller Einwand. Also je nachdem, welches Betriebssystem ich hier habe, kann ich mir hier auswählen, was ich nehmen kann. Gehe ich jetzt zum Beispiel hier mal auf Android und dann gucke ich hier hin. Und dann soll ich zum Beispiel F-Droid verwenden, statt zum Beispiel den Google Play Store. Oder wenn ich hier mal runtergehe, boah. Statt Skype. Statt Skype jetzt hier. Jo. Und hier, ich kann zum Beispiel CarMail verwenden, statt Gmail. Ja. Hier, Skype ist eins von den bösen Programmen. Und hier irgendwo kommen die guten Programme. Ja, hier zum Beispiel. Ihr läuft anscheinend gerade nicht unter Android, aber ein sehr guter Einwand. Genau das ist die Sache. Es gibt für alles, gibt es eine Open-Source-Alternative, wo halt Experten mal drüber geguckt haben. Natürlich kann ich nicht sagen, dass diese Open-Source-Alternativen besser sind, dass sie sicherer sind. Die Sache ist nur so, wenn dort Hintertüren drin sind, dann fallen sie irgendwann auf. So wie bei diesem SSL-Skandal, den wir auch eben gerade hatten, der mit diesem Hardbleed. Irgendwann fällt es jemanden auf und dann wird es behoben. Es gibt da eine Geschichte und zwar Windows war ja auch lange Zeit ein Closed-Source-System. Und dann hat Windows irgendwann mal seinen Code geöffnet und hat gesagt, damit wir jetzt mehr Vertrauen haben, dürfen Regierungen und auch große Firmen, dürfen wir in unseren Quellcode reingucken. Und über irgendeinen komischen Kanal ist dann dieser Quellcode auch in der Tauschbörse gelandet und dann haben halt alle mal drauf geguckt. Und dann haben die festgestellt, dass in der Windows-Version, dass zum Beispiel die BMP-Dateien, das ist ein Grafikformat, dass die nicht richtig verarbeitet werden. Und dass dieser Fehler in jeder Windows-Version drin ist und dass das nie jemandem von Microsoft aufgefallen ist. Sobald die Hacker das wussten, haben sie natürlich dann Viren dafür programmiert und dann hat Microsoft das auch behoben. Vielleicht erinnert sich noch jemand an den Stuxnet-Skandal. Da ist, über die USB-Schnittstelle konnte man Windows relativ einfach verseuchen. Sowas ist theoretisch unter Linux auch möglich, aber schwer denkbar, weil halt diese Treiber verteilt auf der ganzen Welt programmiert werden. Und ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass auch Leute von der NSA an Linux mit programmieren. Aber die müssen ja ihren Quellcode auch wieder öffentlich für alle sichtbar hochladen. Und die Experten aus Indien oder aus China, die werden das ganz genau kontrollieren, was diese NSA-Leute da programmiert haben. Und wenn die da irgendwelche Hintertüren eingebaut haben, dann fällt das irgendwann auf. Und eigentlich können wir nur Open-Source-Programmen richtig vertrauen. Nicht jeder von uns kann natürlich programmieren, aber sobald man in den Quellcode reingucken kann, ist halt die Hürde, dort etwas einzubauen, was da nicht hingehört. Wesentlich größer und es wird irgendwann auffallen. Und ich finde, eine Konsequenz, die wir aus diesem NSA-Skandal lernen sollten, ist, dass wir eigentlich geschlossene Software nicht vertrauen können. Und ich möchte heute euch einen Vortrag halten. Also als Konsequenz mit diesen Gesprächen, mit diesen anderen Experten ist mir gesagt worden, ich sollte doch einfach mal die Leute mehr über die Alternativen aufklären. Und dann würde sich auch ein anderes Klima entwickeln und dann würden auch mehr Leute kritisch auf Facebook zugehen. Und natürlich will ich Facebook und Google nicht verteufeln, weil Google sponsert auch den Firefox-Internetbrowser. Also dadurch, dass Google als Startseite im Firefox angezeigt wird, kriege ich die Mozilla Foundation, die halt Firefox unterstützt, sehr viel Geld. Und natürlich bin ich auch bereit, unser Wirtschaftssystem zu akzeptieren, dass die Firmen Geld verdienen müssen und so weiter. Was ich aber nicht akzeptieren kann, ist, dass diese Firmen freiwillig gezwungenermaßen Hintertüren einbauen für Sicherheitsunternehmen oder Sicherheitsbehörden wie die NSA und diese Sicherheitstüren dann missbraucht werden. So gab es, gibt es ja auch gewisse Abhörschnittstellen, die müssen zum Beispiel Telekommunikationsanbieter von vornherein einbauen. Und es gab schon Vorfälle, dass diese Abhörschnittstellen auf den Kriminellen missbraucht worden sind. So hat die Mafia sich mal Zugriff verschafft auf diese Abhörschnittstellen und auch in den USA sind schon diverse dunkle Kreise rumgegangen. Also es ist des Häufigeren mal vorgekommen, dass zum Beispiel Sicherheitskräfte ihre Töchter beobachtet haben über diese Sicherheitsschnittstellen und so weiter. Also dass sie diese Daten missbraucht haben. Und ich finde, in der Demokratie sollte das einer demokratischen Kontrolle unterliegen. Und wir sollten A, Bescheid wissen über diese Sicherheitsschnittstellen und B, sollte das auch in einer Software sein, die halt funktioniert. Falls sich noch jemand an den Bundestrojaner erinnert, der ist ja auch an den CCC zugespielt worden. Und da hat der CCC herausgefunden, dass dieser Bundestrojaner halt nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Und wenn wir halt keinen Open-Source-Bundestrojaner bekommen, dann können wir uns niemals sicher sein, ob nicht unsere Sicherheitsbehörden die Macht, die wir ihnen natürlich zugebeligen, nicht missbrauchen. Und ich meine, eine Demokratie sollte einen Machtmissbrauch eigentlich unmöglich machen. Deswegen will ich euch heute einen Vortrag halten. Der ist in drei Teile gegliedert. Zuerst will ich mal vorstellen, was gibt es so an Facebook, Twitter? Warum sind die schlecht? Warum kann ich erkennen, dass sie schlecht sind? Dann will ich ein paar Alternativen vorstellen aus einem Open-Source-Bereich, die besser sind. Und als drittes möchte ich dann noch erzählen, wie man die Open-Source-Welt mit der properitären Welt verheiraten kann. Wie ich also mit meinen Facebook-Freunden weiter befreundet bleiben kann, aber trotzdem halt ein Open-Source-Netzwerk dafür verwende. Wenn ich zu schnell rede oder zu viele Fachbegriffe verwende oder Fragen sind immer Fragen. So, zuerst mal, woran erkenne ich, dass Facebook schlecht ist? Dazu rufe ich mir einmal die Hacker-Ethik auf. So, das sind eigentlich nur diese paar schönen übersichtlichen Punkte. Und da fällt mir sofort ins Auge der Punkt 3. Misstraue Autoritäten, fördere die Zentralisierung. Facebook läuft auf einem zentralen Server. Wenn dieser Server ausfällt oder Facebook pleite geht und den Server abschaltet, dann ist alles weg. Wir kommen nicht mehr an unsere Freunde ran, wir kommen nicht mehr an unsere Daten ran. Wenn Facebook gehackt wird, kann ein Hacker alles raustragen, weil es alles auf einem Server ist. Naja, es ist nicht wirklich auf einem Server, aber in einem Rechenzentrum. Und die sind ja alle miteinander verbunden. Und das ist natürlich schlecht für die Ausfallsicherheit. Natürlich will Facebook das nicht verteilen, weil die wollen ja gerne den Zugriff auf diese Daten haben und diese Daten auswerten. Sie wollen nicht, dass andere auch von diesen Daten profitieren. Aber Dezentralisierung ist eigentlich die bessere Methode. Unser Internet ist dezentral. Wenn jetzt also mal ein Unterseekabel ausfällt oder so weiter, dann suchen sich die Daten halt einen anderen Weg. Die gehen dann halt über andere Unterseekabel. Ursprünglich ist ja das Internet vom Militär entwickelt worden, basiert auf dem ARPANET. Man wollte halt auch unter Atombombenbedingungen weiterhin kommunizieren können. Deswegen können halt in diesem Netzwerk die Daten verschiedene Wege nehmen. Und wenn wir halt verschiedene Server haben, weltweit verteilt, dann macht es halt nichts, wenn ein Server ausfällt. Wir können halt weiter kommunizieren und der Open-Source-Ansatz ist eigentlich immer dieser dezentrale Ansatz. Ich verteile das Ganze auf verschiedene Server und verbinde diese Server miteinander und die machen dann einen Datenaustausch. Und deswegen sind die Open-Source-Netzwerke, sage ich mal, in Ausfallsicherheit und Dezentralisierung Netzwerken wie Facebook oder Twitter immer weit überlegen, weil die halt serverbasiert sind. So, dann gucken wir mal weiter, was wir hier finden. Und da gibt es hier zum Beispiel den Punkt öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Bei Facebook bin ich nicht der Kunde. Ich bekomme Facebook den Service umsonst zur Verfügung gestellt und Facebook nimmt dafür meine Daten und wertet sie für Werbezwecke aus. Und die Werbeindustrie ist der eigentliche Kunde. Ich zahle also mit meinen Daten dafür, dass ich Facebook nutzen darf. Jetzt habe ich ja schon erzählt, warum das nicht so gut ist. Und wenn ich halt Open-Source-Netzwerke verwende, dann muss ich mir halt überlegen, wie wollen wir das Ganze finanzieren. Also ein Ansatz ist, dass jeder bei sich zu Hause einen Rechner hat und dass wir auf diesem Rechner halt jeder für sich sein soziales Netzwerk installiert und dass dieses dann über das Internet sozusagen miteinander kommuniziert. Das ist aber noch die Zukunftsmusik. So funktioniert das noch nicht. Im Moment ist das noch so, dass halt Enthusiasten Server aufstellen und dass wir diese Server mitverwenden. Und eine der ersten Serviceanbieter, auf den ich da eingehen möchte, das ist ein kanadisches Open-Source-Projekt gewesen. Das ist mal vor Jahren unter dem Namen Laconica gestartet. Laconica.ca für Kanada. Und das war halt ein Gegenstück zu Twitter. Twitter hat eine API, mit der ich halt diesen Kurznachrichtendienst ansprechen kann. Was Twitter ist, weiß jeder hier, oder? Twitter ist ein Mikro-Blogging-Dienst, wo ich halt kurze Nachrichten rausschicken kann. Ich rufe mal kurz die Seite auf. Mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein, außer die Piratenpartei. Ja, die sind nämlich bei Twitter aktiv, obwohl ich hätte natürlich auch die CDU nehmen können. Okay, also hier postet halt die Piratenpartei bei Twitter. Das sind halt so kurze Nachrichten und ein paar Links drin, ein paar Hashtags. So, jetzt hier gibt es aber auch Netzpolitik. Die haben hier was über Quadrocopter gepostet. Okay, also das ist ein Dienst, wo ich halt solche Kurznachrichten posten kann. Und die Sache ist ja die, wenn ich jetzt einen Blog-Eintrag schreibe oder irgendwas anderes, dann muss ich halt viel schreiben. Und Twitter schlug halt ein wie eine Bombe, weil ich da halt nur kurz was hinschreibe. Und schwupps ist es weg. Und dann kann man das weiter verteilen, retweeten oder man kann darauf antworten. Und dann kann man hier kommunizieren, kann man alles machen. Laconica war das Open-Source-Projekt dazu. Die haben halt die Twitter-API genommen und haben sie nachprogrammiert. Und sie lief genauso. Und vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere dran, es gab so twitternde Blumentöpfe. Die haben halt gesagt, ich brauche Wasser. Oder die twitternde Kaffeemaschine, die hat gesagt, ist noch Kaffe da, ist kein Kaffe mehr da. Und die haben halt diese Schnittstelle, die API verwendet und konnten direkt auf Twitter zugreifen. Das konnte Laconica alles auch. Dann haben sie sich aber umbenannt in Identica. Und als Identica schlugen sie dann richtig ein. Es gab dort halt Gruppen, die haben dort über Open-Source-Projekte natürlich diskutiert. Jede Linux-Distribution hatte dort ihre Gruppe. Die GNU-Leute waren dort sehr aktiv, die Open-Source-Szene in den USA. Und alle haben miteinander kommuniziert. Und dann gab es aber einen Nachteil. Es gab halt nur diesen einen Server, Identica. Es gab noch ein paar andere Server, weil es ja ein verteiltes Netzwerk war. Aber die hat eigentlich kaum jemand verwendet oder beachtet. Und die Leute hinter Identica, die wollten eigentlich Geld mit dieser Software verdienen. Und haben sie dann irgendwann in status.net umbenannt und haben sie an Firmen verkauft. Firmen können diese Software zum Beispiel dafür verwenden, um Intranet aufzubauen. Dann kann zum Beispiel der Administrator schreiben, so morgen ist E-Mail-Wartung. In der Mittagspause funktionieren die E-Mails nicht. Oder Internet wird heute Abend zwischen 18 und 19 Uhr abgeschaltet. Solche Nachrichten kann man dann für große Firmen über das Firmennetzwerk damit verbreiten. Und damit haben die dann Geld verdient. Die haben aber gleichzeitig versucht, über Identica auch ein bisschen Geld zu verdienen. Und haben dort Werbung geschaltet. Das wurde aber nicht so richtig angenommen. Und dann hatten die auch ein großes Problem mit Spam. Im asiatischen Bereich gibt es sehr viele Leute, die so Timesharing verkaufen, Immobilien oder auch Gold und so weiter. Und die haben Identica sehr viel zugespampt. Damals funktionierte der Google-Algorithmus noch so, dass wenn man viele Backlinks bekommt, dass man dann halt höher gerankt wird. Und die haben halt über Identica sehr viele Sachen rausgehauen und haben dadurch dann die Google-Backlinks kassiert. Inzwischen hat Google aber seinen Algorithmus geändert, sodass es halt nicht mehr so funktioniert. Und deswegen hat Identica sehr darunter gelitten. Und irgendwann haben die Leute gesagt, wir haben die Nase voll und haben Identica einfach abgeschaltet. Und normalerweise, wenn es Twitter gewesen wäre, wäre es dann tot gewesen. Aber, weil es ein Open-Source-Projekt war, passierte etwas ganz Wunderbares. Und zwar haben alle Leute dann ihren eigenen Server aufgesetzt und haben weitergemacht. Und plötzlich war es halt verteilt und jeder hat selber weiterentwickelt. Und inzwischen kann diese Software Status.net wesentlich mehr, als Twitter es kann. Das möchte ich euch mal kurz zeigen. Also eine Installation, es kommt zum Beispiel Quitterse aus Schweden. Das sieht so aus. Und wenn ich mir jetzt mal... Genau, die haben sich sehr an Twitter orientiert. Und damit man sich jetzt aber mit Twitter nicht verwechselt, haben sie da einfach zwei Vögel draus gemacht. Und ich twitter hier nicht, ich quitter. So, ich zeige mal einen Account. Das ist meiner, Carsten Neumann, das bin ich. So, guck mal, da habe ich hier ein Icon. So, hier sehe ich, welche Leute mir folgen und so weiter. Hier habe ich mal so ein bisschen was gepostet. Hauptsächlich, was ich in meinem eigenen Blog gemacht habe, kann man sich angucken. So, aber wenn ich jetzt hier raufklicke, Erkan, dann muss ich einmal kurz die Ausnahmegenehmigung genehmigen. Na ja, was ich eigentlich zeigen will, ist, dass die Leute, die mir hier folgen, auf anderen Servern liegen. Na, wo haben wir denn nochmal einen? So, hier ist jemand. Also, hier bin ich auf Quitter und hier liest jemand meine Nachrichten, ist aber auf GNU Social. Also, die Leute haben ihre eigenen Installationen, ihre eigenen Oberfläche und die können sich trotzdem miteinander verbinden und die können ihre Nachrichten auch lesen. Und wenn ich jetzt auf einen anderen Server umziehe, kann ich auch meine Follower mitnehmen und ich kann auch meine Nachrichten mitnehmen. Und bei Twitter kann ich das halt nicht. Bei Twitter kann ich nur mitmachen und ich kann aufhören. Aber ich bekomme meine Follower aus Twitter nicht mehr raus. Und der Open Source Ansatz ist eigentlich ganz anders. Man bekommt halt alles mit. Ich will mich mal hier kurz einloggen. So, ich bin hier auf Status Piratica, also in Kanada. Und ich bin hier schon eingeloggt. Mein Account hier ist Webmaster. Das ist mein Icon. Und ich könnte mir hier noch eine kleine Beschreibung hinschreiben, was ich so mache. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. So, jetzt kann ich hier einfach einen Status posten, wie ich das auch von Twitter kenne. Bloß, dass ich hier 640 Zeichen für Zeit habe. Ich kann sagen, es soll jeder sehen können oder nur die Leute, von denen ich möchte, dass die es sehen können. Aber ich kann jetzt hier einfach so Hallo schreiben und dann kann ich das abschicken und dann kann das jeder sehen. Und jeder auf der Welt könnte das sehen, also auch auf anderen Servern. Ich kann aber auch Lesezeichen posten. Dann würde ich halt hier nur eine URL posten, aber ich kann auch ein Ereignis posten. Dann kann ich zum Beispiel hier sagen, ich feiere morgen Geburtstag oder ich veranstalte eine Linux-Veranstaltung. Dann kann ich hier das Datum hin posten. Und wenn ich das Ganze poste, dann können die Leute auch sagen, ja, finde ich gut, dann nehme ich daran teil oder nein, mache ich nicht. Wenn jemand seinen Geburtstag hier postet, sollte er das natürlich auf privat setzen. Sonst ist das Problem natürlich, dass sich jeder angesprochen fühlt. Aber wenn ich zum Beispiel eine Linux-Veranstaltung mache, schreibe ich hier das Datum rein und dann können die Leute sagen, ich nehme daran teil. Ich kann hier Abstimmungen machen, kann zum Beispiel eine Frage hier hin posten. Wie findet ihr das neue Design? Dann können die Leute sagen, finde ich gut, finde ich schlecht. Oder ich kann auch eine Frage hier hin schreiben und dann können die Leute mir Antworten schicken. Und dann kann ich auch sagen, welches die beste Antwort ist. Zum Beispiel, wenn ich ein Problem habe mit einer Linux-Installation, dann können die Leute mir auch antworten. Gucken wir mal, wie sich das so aussieht. Hier, da hat jemand eine Frage gestellt. So. Fragt also jemand, was ist das Ziel des Lebens? Und hier die Antwort 42 ist bis jetzt die beste Antwort. Ansonsten antworten die Leute hier so ein paar andere Sachen halt. Oder gucken wir uns mal eine andere Sache an. Eine Abstimmung. Hier ist abgestimmt, welches ist deiner Meinung nach das gefährlichste Land in der Welt. Dann konnte man hier abstimmen. Und naja, kann ich halt wesentlich mehr machen. Eine andere Sache, die hier noch möglich ist, ist, dass es sogenannte Gruppen gibt. Ich kann zum Beispiel eine Gruppe Linux aufmachen und dann folge ich der Gruppe. Und alles, was in der Gruppe geteilt wird, das wird dann auch in meine Timeline übernommen. Ich folge dann also nicht mehr einer Person, sondern einer bestimmten Gruppe. Und damals, als es Identica gab, da gab es noch Gruppen für alles. Das Problem jetzt ist allerdings nur, man weiß jetzt nicht mehr, welche Gruppe ist die richtige Gruppe auf welchem Server. Weil ich kann ja auf jedem Installation, kann ich wieder neue Gruppen aufmachen. Und deswegen ist das Gruppenfeature ein bisschen in den Hintergrund geraten und wird halt heutzutage eigentlich kaum noch genutzt. Und wenn ich jetzt diese Installation habe, dann kann ich hier auf Einstellung gehen. Und dann kann ich mich hier mit Twitter verbinden. Und dann könnte ich jetzt hier raufklicken und dann könnte ich mich mit meinem Twitter-Account verbinden. Und dann würde alles, was ich halt auf status.net poste, auch automatisch an Twitter weitergeleitet werden. Und so könnte ich halt meine Follower bei Twitter immer noch bedienen, obwohl ich eine freie, offene Software verwende. Und ich kann ja hin und wieder mal reinschreiben, dass ich eigentlich auf status.net bin. Und so würde halt jeder meiner Follower auf Twitter mitbekommen, dass ich eigentlich eine andere Software verwende. Und so könnte ich auf die immer mal wieder einwirken, ob die nicht vielleicht doch rüberkommen wollen, wenn ich halt die Vorteile dieser Software erkläre. So, und wenn wir uns mal meinen eigentlichen Account angucken, das war CNE. Und bei Twitter bin ich auch aktiv. Da heiße ich allerdings neumann.c, weil CNE schon weg war. Und da sieht man halt, würde man erkennen, dass das, was ich hier auf Twitter geschrieben habe, auch auf Twitter ankommt. Allerdings halte ich das nicht so konsequent durch, poste manchmal auch ein bisschen mehr auf Twitter. Aber letztendlich könnte man so halt auch immer noch mit seinen Twitter-Followern kommunizieren. Und eine Sache sollte man dabei möglichst beachten, dass man unter beiden Netzwerken denselben Namen hat. Weil es gibt ja so den sogenannten Retweet, also dass ich jemanden, das, was jemand gesagt hat, nochmal poste. Und dann wird erwähnt, von wem das ist. Und wenn ich verschiedene Namen verwende, dann passt das natürlich nicht mehr zusammen in die Netzwerke. Und das kann dann Verwirrungen führen, aber ist eigentlich eine Nebensache. Also eigentlich spricht nichts dagegen, das zu nehmen. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, kann ich euch Quiterse empfehlen, weil das ist ein Server, der ist frei und offen. Und da kann man sich einfach kostenlos anmelden und sieht eigentlich auch fast genauso aus wie Twitter und funktioniert eigentlich auch genauso. So, eine andere Sache ist natürlich Facebook. Und da gibt es Diaspora. So sieht die Startseite aus. Diaspora hat den folgenden Hintergrund. Es gab mal vor Jahren eine Verwerfung mit Facebook. Da ging es irgendwie um Datenschutzeinstellungen, die Facebook eigenmächtig geändert hat. Und da haben sich im Open-Source-Lager einige Leute gebildet und haben gesagt, das wollen wir nicht weiter hinnehmen. Wir brauchen endlich ein freies soziales Netzwerk, auch auf einer Open-Source-Basis, das halt den Anforderungen von Open-Source genügt. Also Dezentralisierung, dass sich jeder seine Daten frei mitnehmen kann, dass private Daten nicht ausgenutzt werden und so weiter. Und da haben die zu Spenden aufgerufen und haben innerhalb von kürzester Zeit, glaube ich, über 100.000 zusammenbekommen. Und da haben sich ein paar Leute zusammengesetzt. Und das, was dabei rausgekommen ist, ist Diaspora. Gucken wir uns mal einen Account an. Zum Beispiel meinen. Nein, das war falsch. Dann sieht das so aus. Ich habe hier wieder ein Icon und ich kann hier zum Beispiel auf YouTube verweisen. Und dann kann ich mir so YouTube-Videos angucken. Oder ich kann hier kleine Bilder posten. Oder ich kann auch von anderen Leuten was reposten. Und so weiter. Und wenn ich hier auf so Artikel verweise, werden hier unten auch so kleine Snippets angezeigt, wie man das auch von Facebook her kennt. Und wie man, also wenn man Facebook kennt, sieht man schon, dass das hier halt sehr aufgeräumt ist. Es gibt hier halt die Seitenleiste. Wenn ich eingeloggt bin, würde ich hier noch ein bisschen was über mich stehen, wo mein Blog ist und so weiter. Das sehe ich allerdings nicht, wenn ich nicht eingeloggt bin. Und hier sieht man die Nachrichten. Wer von euch Google Plus kennt, wird sehen, dass Google Plus sehr ähnlich aussieht. Und da gibt es halt Diskussionen. Also Diaspora war noch vor Google Plus da. Und es gibt so Gerüchte, dass sich Google ein bisschen an Diaspora orientiert hat im Design her. Und ich logge mich mal ein und dann zeige ich mal, was man mit Diaspora alles machen kann. So, jetzt bin ich angemeldet. Also ich sehe hier zum Beispiel, dass ich irgendwie eine Benachrichtigung bekommen habe. Dann kann ich hier sehen. Hier hat also ein anderer User was weiter gesagt, was ich in meiner Timeline gepostet habe. Und ich würde hier auch Nachrichten bekommen, wenn mir jemand einen Kommentar geschrieben hat. Und jemand könnte mir auch persönliche Nachrichten schicken. Hat aber gerade keiner gemacht. Ich kann hier auch sehen Erwähnungen. Da kann ich zum Beispiel sehen, wenn jemand was gemacht hat. Ich habe mal so Leute in anderen Artikeln, haben mich zum Beispiel erwähnt. Ich kann meine Aktivitäten anklicken. Dann würde ich sehen, worüber ich als letztes diskutiert habe. Leider habe ich in letzter Zeit wenig diskutiert. Deswegen wird hier wenig angezeigt. Und wenn ich jetzt auf mein Profil gehe, dann kann ich auch sehen, was ich so gemacht habe. Und wenn ich einen Artikel posten möchte, eine Frage, dann kann ich hier das so genau hinschreiben. Und ich kann jetzt auch sagen, wer soll es sehen? Öffentlich, dann kann es das ganze Internet sehen. Oder nur meine Familie, meine Freunde, meine Arbeitskollegen, Bekannte. Und diese Gruppen hier kann ich mir auch selber definieren. Und wenn ich jetzt halt jemandem folge, dann sage ich das, der kommt in die Gruppe Familie rein. Oder er kommt in die Gruppe Öffentlich rein. Und wenn ich Öffentlich mache, dann kann es halt jeder sehen. So, ich kann hier zum Beispiel auch Umfragen machen. Kann ich wieder eine Frage stellen. Dann können die Leute bestimmte Sachen anklicken. Ich kann Fotos hochladen. Und ich kann bestimmte Artikel zum Beispiel posten, wenn ich... Nein, das wollte ich nicht. Wenn ich zum Beispiel mal wieder im Heise News-Ticker bin. und mir dort einen Artikel raussuche und dann die Uhr, den Link hier oben kopiere und hier einbaue. Dann kann ich den teilen. Oder muss ich das Ganze jetzt wieder deaktivieren? Irgendwie kann ich den nicht abschicken. Aber auf jeden Fall würde dann halt so ein kleiner Artikel-Snippet, wie hier unten angezeigt werden. Allerdings erst, sobald das geteilt wird. Das Ganze funktioniert über eine Markdown-Nachricht. Also, dass das... Wer Facebook kennt, der weiß, dass dort halt viel mit Flash läuft. Das ist hier halt nicht so. Wenn ich hier halt eine Überschrift schreiben möchte, dann muss ich halt so eine Raute davor setzen. Und dann kann ich weiterschreiben und dann wird das später groß angezeigt. Und wenn ich was fett schreiben möchte, dann muss ich da zwei Sternchen vormachen. Vielleicht kennt man das aus der Wikipedia ein bisschen. Nicht bekannt. Genau, das nennt sich Markdown-Sprache. Das wird hier sonst auch alles erklärt. Also hier, wie man die Überschriften setzt, so wie man Aufzählungen macht. Das sieht vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kryptisch aus und so weiter. Aber so kann man halt eine Formatierung reinbringen. Aber wenn man das Ganze einfach nicht mag, einfach runterschreiben. Dann kommt halt normaler Text rein. Muss man ja alles gar nicht beachten und so weiter. Aber es gab ein paar Leute, die haben sich darüber aufgeregt, dass das Ganze hier doch ein bisschen zu kryptisch ist. Und die haben halt, wie das in Open-Source-Projekten so üblich ist, einfach den Code genommen und haben ihn geforkt. Sie haben halt eine Gabelung gemacht und haben ihr eigenes soziales Netzwerk programmiert. Und in dem haben sie dann alle Nachteile, die es halt bei Diaspora gibt, nochmal schön gemacht. Und das Ganze nennt sich Libertry. Ich habe mich hier schon eingeloggt. Man sieht gleich, das Ganze sieht so farblich ein bisschen schöner gestaltet aus. Man kann auch hier das Hintergrundbild ändern. Und je nachdem, auf welchem Baum ich mich in diesem freien Netzwerk befinde, sind auch die Farben und das Ganze anders. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel darauf gehe, dass ich einen neuen Beitrag schreiben möchte, dann habe ich hier oben so eine Leiste. Und dann kann ich hier zum Beispiel raufklicken und dann werden mir die Zeichen schon hingesetzt, die ich halt brauche. Und wenn ich jetzt zum Beispiel was fett schreiben will, dann kann ich hier einfach so reinschreiben. Und dann muss ich halt, letztendlich sieht es immer noch so aus, aber ich kann jetzt zum Beispiel hier auch eine Vorschau machen. Und dann kann ich mir zum Beispiel gucken, wie das aussieht. So, und dann kann ich jetzt zum Beispiel hier nochmal was Kursives reinsetzen. So, und dann kann ich hier schon eine Vorschau sehen, was ich abposte. Das geht alles in Diaspora nicht. So, und dann gibt es bei Libertry auch noch eine Besonderheit. Dort wird nämlich alles in Bäume unterteilt. Es gibt einmal den Wald, den Baum und das Internet. Der Baum ist der Server, auf dem ich mich befinde. Normalerweise soll ich alle meine Freunde auf meinen Baum einladen. Und wenn ich dann an dem Baum was poste, poste ich es automatisch an alle meine Freunde. Und wenn ich es an den Wald poste, das sind alle Bäume weltweit. Dann kann es halt jeder Server sehen. Und wenn ich es ans Internet poste, dann kann es das ganze Internet sehen. Also der Unterschied ist, wenn ich es an den Wald poste, können es nur Leute sehen, die eingeloggt sind. Und wenn ich es ans Internet poste, kann es halt jeder sehen, auch wenn man nicht eingeloggt ist. Und die Informationswege werden hier auch ganz anders bezeichnet. Die werden hier als Flüsse bezeichnet. Also normalerweise hat man ja eine Timeline. Und denen, denen ich folge, deren Nachrichten kommen auch in meiner Timeline. Das sieht dann ungefähr so aus. Und da sind dann die ganzen Nachrichten drinne von den Leuten, die ich folge. Und dann sehe ich halt, was die so gepostet haben und kann mir deren Fotos angucken und deren Beiträge. Und ich könnte jetzt auch kommentieren, wenn ich das wollte. Und so kann man dann kommunizieren. Und jetzt könnte ich mir zum Beispiel einen Fluss anlegen und könnte den Linux nennen. Und dann würde ich halt nur Beiträge sehen, die halt über Linux sind. Egal, ob ich den Leuten folge oder nicht. Oder ich könnte mir einen Fluss anlegen Politik und dann würde ich halt alles über Politik bekommen. Und so könnte ich mir dann hier halt individuell zusammenstellen, was ich haben möchte an Informationen, ohne dass ich halt mir Leute raussuchen muss, die nicht folge oder denen ich nicht folge. Also bei Facebook sieht man ja zum Beispiel in seiner Timeline nur Werbung und halt das von den Leuten, dass sie Freunde gepostet haben. Aber ich kann jetzt zum Beispiel bei Facebook nicht sagen, ich möchte speziell Politik haben. Dann müsste ich halt in eine Gruppe gehen, die sich damit beschäftigt. Aber dann würde ich halt nur die Informationen der Gruppe bekommen. Und hier würde ich halt wirklich alles aus dem Wald bekommen. Dann gibt es auch noch Fremdika, oder? Ja, gibt es auch. Wollte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Das ist jetzt natürlich nur eine kleine Auswahl, auf die ich hier eingehe. Ich wollte dann nochmal kurz zeigen, wie man jetzt erreichen kann, dass das, was ich jetzt an diesen freien Netzwerken poste, auch wieder nach Facebook reinbekomme. Weil wenn ich jetzt in diesen freien Netzwerken drinne bin, dann bekommen meine Facebook-Freunde das ja eigentlich nicht mehr mit. Und dazu wollte ich mir einmal kurz zeigen, was ein RSS-Feed ist. Nein, das wollte ich nicht. So, das ist ein sogenannter RSS-Feed. Das ist ein XML-Format, das ist maschinenlesbar. Und in diesem maschinenlesbaren Format sind alle meine Einträge so drinne, dass sie halt Computer gut verarbeiten können. Und das kann ich jetzt ganz gut nehmen, um das halt an andere weiterzuleiten. Also ein Computer, der so eine RSS-Schnittstelle hat, der kann halt das Ganze auswerten. Normalerweise würde ich mir einen RSS-Reader installieren. Und dann könnte ich halt die ganzen Einträge in jedem Programm, das ich gerne haben möchte, lesen. Zum Beispiel haben die meisten E-Mail-Programme auch einen RSS-Reader. Und dann könnte ich halt das, was ich auf Diaspora poste, auch in meinem E-Mail-Programm lesen. Und das kann ich auch nach Facebook weiterleiten. Und da brauche ich in Facebook ein Programm für, das diesen RSS-Feed wieder in meine Timeline bei Facebook reinbringt. Und das möchte ich euch mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Und zwar habe ich dafür was vorbereitet. Ui, jetzt startet sich hier Gimp. So, nehmen wir mal an, ich hätte einen Facebook-Account. Ich habe hier jetzt alles ausgepixelt, was man nicht erkennen soll, weil ich habe die junge Frau nicht um Erlaubnis gefragt, ob ich ihren Account hier zeigen darf. Und die ist also irgendwann mal nach Diaspora gewechselt. Und dann hat sie halt hier so hingeschrieben, Facebook, tschüss, ich bin nach Diaspora gegangen. Und jetzt könnte man hier natürlich noch eine URL hinschreiben oder einen Link und sagen, wo man auf Diaspora ist. Und dann wissen die Freunde halt, dass man halt nicht mehr auf Facebook aktiv ist. Und man kann ja, bei Facebook kann man sich diese Bilder beliebig setzen. Und dann wissen halt die Leute, es gibt erstens A, noch was anderes und B, dass ich weg bin. Aber jetzt sollen die natürlich trotzdem immer noch was mitbekommen, was ich poste. Und dann muss ich bei Facebook mir ein bestimmtes Programm installieren. So, und da gibt es zum Beispiel einmal RSS-Graffiti. So, RSS-Graffiti, das kann man, also wenn man hier RSS eintippt bei der Facebook-Suche, dann wird einem das Graffiti wahrscheinlich schon angezeigt. Und das ist ein Programm, da muss ich mich einmal kurz verbinden, dann muss ich da ein bisschen Freigaben für meinen Account machen und dann kann ich hier einen sogenannten Publishing-Plan veröffentlichen. Also das ist ein Plan, von wo ich etwas in meine Timeline reinposten möchte. Und dann kann ich zum Beispiel angeben Diaspora und dann würde ich hier meinen RSS-Feed von Diaspora, den wir eben gesehen haben, angeben. Und das Ganze würde dann in meiner Timeline gezeigt werden. Und immer wenn ich dann auf Diaspora etwas veröffentliche, würde das auch bei Facebook angezeigt werden. Und meine Freunde bei Facebook würden also immer noch mitbekommen, was ich bei Diaspora poste. Und wenn sie da draufklicken, würden sie sogar nach Diaspora kommen und würden sehen, dass dort auch Leute darüber diskutieren und so weiter. Und so kann ich halt für meine Freunde den Anreiz setzen, sich doch auch bei Diaspora anzumelden und halt dort auch mitzudiskutieren. Und selbst wenn sie das aber nicht wollen, können sie immer noch lesen, was ich poste, weil das wird ja auch immer noch bei Facebook gepostet. Dieses RSS-Graffiti ist ein relativ umfangreiches Tool, wo man sehr viel einstellen kann und so weiter. Man kann sich auch dafür bezahlen und bekommt man Premium-Features. Das ist aber mehr so für Werbekunden gedacht. Da kann man so Auswertungen fahren. Wer hat was angeklickt und welche Uhrzeit wurde das angeklickt und so weiter. Normalerweise will man das gar nicht. Deswegen gibt es noch ein anderes Tool. Das ist ein bisschen einfacher. Kann dafür nicht so viel. Das nennt sich Social RSS. So, na, das ist das Falsche. Das wollte ich nicht zeigen. Entschuldigung. Und zwar wollte ich das hier zeigen. So, da muss man halt Social RSS eingeben bei der Facebook-Suche und da bekommt man diesen Dialog. Und da kann man zum Beispiel sagen, ich möchte an meine Profilwand etwas schreiben und dann gibt man hier einfach die RSS-Feeds an und postet die bei Facebook rein. Und dann kann man natürlich auch das, was man auf Piratica, also in diesem Status.net postet, kann man auch bei Facebook veröffentlichen. Und so würden halt die Freunde trotzdem, obwohl sie immer noch in den proprietären Netzwerken sind, immer noch mitbekommen, was ich halt in den anderen Netzwerken mache. Und so kann keiner sagen, wenn ich wechsle, bekommen meine Freunde ja nichts mehr mit. Man soll ja die Tür auch nicht zuhauen, sondern man soll Spuren hinterlassen. Ich meine, man will ja gelesen werden, man will mit seinen Freunden kommunizieren, man will seine Urlaubsfotos zeigen oder was man so in sozialen Netzwerken macht. Man will sagen, ich bin gerade bei den Kieler Linux-Tagen im Vortrag und so weiter und der Vortrag ist toll und super oder auch nicht. Und sowas würde ich ja in meine Timeline veröffentlichen und dann kann ich das halt von diesen freien Netzwerken verteilen, auch in die proprietären Netzwerke hinein. Und wenn die Leute draufklicken, dann kommen sie ins freie Netzwerk rein und sehen halt, dass das auch geht und so weiter. Und naja, letztendlich will ich nicht sagen, wir sollen alle freie, offene Software verwenden, aber ich bin doch der Meinung, wenn man zum Beispiel ein Open-Source-Projekt betreibt, dann macht sich das nicht so gut, wenn man das dann halt nur über Twitter kommuniziert. Weil klar, als Open-Source-Projekt will man ja auch andere Open-Source-Projekte fördern und weiterverteilen. Und man will ja auch den Gedanken, also die Hacker-Ethik weitervertreiben von dezentraler Software, private Daten sollen geschützt werden und so weiter. Und wenn ich dann halt einen proprietären Dienst dazu benutze, um meine Release-Notes zu verteilen oder meine Updates und so weiter, dann finde ich, ist das immer nicht so richtig durchdacht. Und die freie Software bittet da eigentlich jede Menge Schnittstellen, dass man das verwenden kann und dass man die Welten verheiraten kann. Dürfen wir gerne noch Fragen stellen? Oder habe ich euch alle so erschlagen? Eine Frage. Ich glaube, das Mikro soll ganz gerne verwendet werden. Sonst haben wir hinterher auf dem Band eine lange Pause und dann eine Kletter-Antwort. Ansonsten werde ich einfach die Frage wiederholen. Also meine Frage wäre einfach so, du hast uns jetzt gezeigt, wie man von Diaspora was rausbekommt nach Facebook. Gibt es auch die andere Möglichkeit, dass ich bestimmte Benutzer von Facebook meinetwegen nach Diaspora übertrage? Das ist ein umgekehrter Weg. Also, dass ich das, was die auf Facebook posten, nach Diaspora posten. Der einfachste Weg ist natürlich, dass ich diese Leute überrede, auch nach Diaspora zu bekommen. Und dass sie dann von Diaspora aus ihren Facebook-Timeline befüttern. Das ist natürlich das Einfachste, weil von Diaspora habe ich natürlich dann auch wieder Zugriff da drauf. Aber auch Facebook hat ein RSS-Feed. Da muss man sich bei den Facebook-Hilfen mal durchklicken. Das ist ein bisschen komplizierter, da ranzukommen, aber auch den gibt es. Und ich kann auch den RSS-Feed von Facebook, kann ich auch nach Diaspora wieder reinposten. Das geht. Allerdings fände ich es schöner, wenn man es andersrum macht. Weil wir wollen ja die freie Software fördern und nicht die properitäre Software Facebook. Man wird wahrscheinlich nicht sofort alle überredet bekommen, die einem wichtig sind. Ja, aber ich hoffe doch, dass ich mit solchen Veranstaltungen den Leuten mal zeigen kann, dass es doch dort mehr gibt. Und letztendlich, was ich mir wünschen würde, wäre, dass es mal eine Linux-Distribution gibt, die ich mir auf einem kleinen, billigen Rechner zu Hause installieren kann. So einen kleinen Stromsparrechner. Fällt mir jetzt gerade nicht so ein. So ein Raspberry Pi zum Beispiel. Den kann ich mir zu Hause installieren. Stecke ich, oder ich kaufe mir so eine Flashkarte, stecke die einfach rein. Und dann ist auf dieser Flashkarte schon ein Status.net drauf, ein Diaspora drauf. Und wenn ich dann zu Hause mit meinem Browser was mache, dann mache ich das über meinen eigenen Server. Und mein kleiner Server, der dann halt den ganzen Tag überläuft, verbindet sich automatisch mit dem Internet und verteilt das Ganze weiter. Und dann hätte halt jeder sein eigenes soziales Netzwerk zu Hause. Und dann könnte auch jeder was löschen und könnte sagen, nee, das ist mein Foto, das will ich nicht mehr verteilt wissen. Also was ich jetzt gar nicht gezeigt habe, ist, ich kann bei Diaspora, Entschuldigung, verklickt. Ich kann hier natürlich auch jederzeit sagen, wenn ich etwas gepostet habe, dass ich es wieder löschen will. Und dann muss ich das natürlich, weil es ja verteilt gespeichert ist, erstmal dieser Löschbefehl über die Server fortsetzen. Und das kann bis zu einer halben Stunde, bis einer Stunde dauern, wenn die Server halt über eine langsame Anbindung drin sind. Aber ich habe letztendlich die Möglichkeit, etwas zu löschen. Und bei Facebook, da kann ich es ja eigentlich gar nicht löschen. Also ich kann hier das löschen und ich kann es auch nachträglich noch wieder editieren. Also wenn ich hier mal irgendwas Peinliches gepostet habe, wobei die oberste Regel ist ja immer, nicht posten, wenn man besoffen ist oder wenn man wütend ist und immer neutral formulieren. Also ich meine, wir sind hier in diesen Netzwerken nicht unter uns. Und nicht jeder hat dieselbe Ironie und versteht denselben Witz wie wir und so weiter. Und man sollte es immer möglichst neutral formulieren. Und selbst wenn ich aber jetzt was Peinliches gepostet habe, kann ich es entweder editieren oder ich lösche es einfach. Und dann ist es irgendwann wieder weg. Und bei Facebook ist es ein Leben lang. Und selbst wenn ich es lösche, ist es bei Facebook immer noch gespeichert. Also es gab Leute, die haben sich bei Facebook mal eine Datenschutzauskunft gemacht. Und haben dann festgestellt, dass alles, was sie bei Facebook jemals gepostet haben, gespeichert war. Selbst die Sachen, von denen sie dachten, dass sie sie eigentlich gelöscht haben. Und vielleicht hat auch jemand von euch diesen Skandal mitbekommen, dass diese ganzen privaten Selfies von Hollywood-Schönheiten im Internet aufgetaucht sind. Und da haben einige auch gesagt, das habe ich doch vor Jahren schon aus der Apple iCloud gelöscht. Es ist nicht gelöscht, was in der Cloud gelöscht wird. Es wird der Haken gesetzt, dass es gelöscht ist. Aber die Daten sind immer noch da. Und Hacker können sich immer noch Zugriff darauf verschaffen. Und leider ist es ja nun mal nicht alles so abgesichert. Und sicherlich haben sich diese Hollywood-Schönheiten nicht gedacht, dass irgendwann ihre Bilder nochmal in den Netzwerken verteilt werden. Hätte natürlich auch hier passieren können. Aber letztendlich schützt einen ja niemand vor der Dummheit. Ja, bitte eine Frage. Ich werde sie sonst wiederholen. Hat man denn bei diesem Löschbefehl gleichzeitig Root-Rechte, dass es auf mehreren Servern von sich selber aus gelöscht wird? Oder kriegen die Server eben halt eine Anfrage, Achtung, ich möchte, dass der Post gelöscht werden soll? Ja, also das Ganze funktioniert ja so, dass jeder installiert sich sozusagen eine Instanz. Normalerweise lade ich mir die Software von irgendwo herunter. Und dann verbinde ich mich mit diesem Server-Netzwerk. Und dann würde ich ja die Posts von anderen auch bei mir raufbekommen. Also das Ganze funktioniert so, dass ich den Leuten, denen ich folge, von meiner Installation aus, die Posts werden dann auch zu mir hin übertragen. Und wenn der andere Server ausfällt, können die Leute sich das immer noch von meinem Server angucken. Ich habe sozusagen einen Spiegel von dem anderen Server, aber nur von den Leuten, denen ich folge. Und wenn jetzt die andere Installation aber sagt, ich möchte etwas löschen, dann wird zu mir hin ein Löschbefehl übertragen. Und dann wird das bei mir auch gelöscht. Ich könnte jetzt aber, da es ja eine offene Software ist, das so manipulieren, dass der Löschbefehl ignoriert wird. Dann würde die andere Installation aber sagen, der hat einen Löschbefehl von mir bekommen und hat es nicht gelöscht. Und das finde ich ganz gemein. Und dann würde der anfangen, rumzuheulen. Und alle anderen Serverbetreiber würden sagen, das finden wir nicht in Ordnung. Und dann würden die mich aus dem Netzwerk aussperren. Und die anderen müssen mir erlauben, an dem Netzwerk teilzunehmen. Und wenn jeder andere sagt, mit dir will ich nicht zusammenarbeiten, weil du die Löschbefehle nicht beachtest, dann bin ich für mich alleine isoliert. Und dann habe ich selber Schuld. Und ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, die ISIS, die betreibt ja auch viel Propaganda, dieser freie islamische Staat, der da im Irak gegründet werden soll. Und die haben ja auch viel über Facebook und über Twitter veröffentlicht. Und dann haben Facebook und Twitter, haben die Nachrichten von denen gelöscht. Weil die sagen, das ist Propaganda und das ist sehr brutal und das wollen wir unseren Nutzern nicht zumuten. Und dann haben die gesagt, dann werden wir das in Zukunft über Diaspora veröffentlichen. Weil über Diaspora kann man das nicht löschen und man kann das weiter verteilen. Und dann haben die Leute gesagt, ah ja, Open-Source-Software ist schlecht. Na, guck mal, Facebook, die tun wenigstens was. Und die Open-Source-Software, die ist so schlimm, die verteilt sogar diese ISIS-Propaganda. Aber dann haben sich die Serverbetreiber vom Diaspora-Netzwerk zusammengesetzt und haben gesagt, die Server, über die diese ISIS-Propaganda zu uns reinkommt, die werden wir einfach aus dem Netzwerk ausschließen. Und dann kommen die halt nicht mehr zu uns rein, weil wir wollen diesen Schmutz auch nicht in unserem Netzwerk haben. Und dann haben die die ausgeschlossen. Und jetzt kann natürlich die ISIS für sich ein Netzwerk betreiben, aber das bringt denen ja nichts, weil die wollen ja ihre Propaganda in den Westen rüberbringen. Aber wenn die westlichen Serverbetreiber alle sagen, wir kappen aber die Verbindung zu euch, also jeder Installation hat ein großes Administrationsmenü und dort kann ich einstellen, mit dem Server möchte ich mich verbinden und mit dem nicht. Und dort wird auch angezeigt, halt Server, über die viel Spam reinkommt und dann kann ich die halt abschalten. Also wenn jetzt irgendjemand in Asien auf die Idee kommt, uns mit irgendwelchen Billig-Schiene-Artikeln zuzuspammen, dann wäre der schneller weg vom Fenster, als er gucken kann. Und deswegen macht das eigentlich auch keiner, weil jeder möchte ja an dem Netzwerk teilnehmen und möchte das Netzwerk bereichern. Und deswegen, also das Diaspora-Netzwerk ist schon ein bisschen dagegen abgesichert. Jetzt, wenn man böswillig ist, kann man natürlich immer was schaffen und auch erreichen. Und es wird wahrscheinlich auch dauern, bis dann weltweit alle darauf reagieren. Aber, also ich habe die Erfahrung gemacht, irgendwann reagieren sie. Und sie lassen es nicht zu, dass irgendjemand halt die gute Idee, die dahinter steckt, für seine Zwecke missbraucht. Ja, bitte? Ich habe eine Frage, jetzt eine persönliche. Welches ist denn eher zu empfehlen, Liberti oder Diaspora? Also die Frage war, welches Netzwerk... Diaspora oder was würden Sie denn eher empfehlen? Welche, welche? Sie haben jetzt zwei vorgestellt. Einmal Liberti, eine Weiterentwicklung, also Libertri oder Diaspora. Ja, also Libertri ist ja ein Fork, also eine Gabelung sozusagen von Diaspora. Eigentlich dasselbe, bloß in etwas schöner. Und das Libertri-Netzwerk ist ein sehr kleines Netzwerk. Also Diaspora ist eigentlich riesengroß, inzwischen überall weltweit verteilt. Das hat... Einmal hat es die Vorteile, dass in Libertri kann ich mich leichter einarbeiten, wenn ich nicht so viel Ahnung habe, weil wenn ich diese Dialoge poste, habe ich hier halt oben diese Leiste noch und diese Vorschau-Funktion und so weiter. Das mögen Anfänger eigentlich lieber und es sieht auch alles ein bisschen schöner, bunter aus und so weiter. Ein weiterer Vorteil ist, dass im Libertri-Netzwerk die Entwickler sehr viel aktiver sind. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel reinposte, ich habe ein Problem oder so weiter, dann vergehen keine 10, 20 Minuten und irgendein Entwickler antwortet mir sofort. Es gibt auch Entwickler, die Deutsch können und hier mitprogrammieren. Die meisten sprechen natürlich eher Englisch und die antworten mir sofort. Und diese Libertri-Community ist sehr aktiv und auch sehr hilfreich. Also ich habe mal erlebt, da hat jemand Probleme gehabt, so einen Libertri-Server zu installieren und hat keine Daten rüberbekommen. Und dann haben die sich tagelang mit dem beschäftigt, bis sie das Problem gefunden haben und haben ihnen geholfen. Und dann gab es Leute, die haben sich beschwert, dass irgendwelche Sachen nicht funktioniert haben oder dass sie die Knöpfchen irgendwo anders hinhaben wollten und nullkommanix wurde das geändert und so weiter. Das ist alles sehr schön hier. Allerdings habe ich auch immer so das Gefühl, das ist irgendwie immer dieselbe Handvoll Leute, die hier aktiv ist. Und in Diaspora habe ich natürlich eine wesentlich größere Reichweite. Also in Diaspora, da gibt es halt aus ganz unterschiedlichen Ländern Gruppen, die da aktiv sind. Das sind auch wieder überwiegend Open-Source-Projekte, aber das liegt ja auf der Hand. Wer Open-Source verwendet, verwendet auch gerne Diaspora. Aber wer sich zum Beispiel mal mit jemandem in Indien unterhalten will über die Nutzung von Open-Source in Behörden und so weiter, der wird sofort irgendwelche Ansprechpartner in Indien oder auch in Südamerika finden, wo halt Open-Source wesentlich mehr eingesetzt wird als bei uns. Und eine Sache ist natürlich auch so, dass man halt leicht in diese Filterblase reinkommt. Also auf Diaspora sind natürlich nur Leute aktiv, die auch Open-Source unterstützen. Also jeder findet dort das iPhone doof und Apple findet man doof und Microsoft macht schlechte Witze über Microsoft und Open-Source-Software wird über den Klee gelobt. Wenn man kritische Diskussionen starten will über Diaspora, dann kann man sich zum Beispiel über den Waffenbesitz unterhalten. Da gibt es in den USA zum Beispiel viele Leute, die sagen, nee, das ist unser freies Menschenrecht, eine Waffe zu haben. Und dann kommen natürlich sofort die Schweizer und die Deutschen und sagen, nee, 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 in der Demokratie muss nicht jeder eine Waffe haben und so weiter, Gewaltenteilung und so weiter. Und auch so bei der amerikanischen Außenpolitik kann man hitzige Diskussionen führen. Aber wenn man sagt, Microsoft ist doof, dann kommen sofort alle und applaudieren. Also ich habe noch keinen erlebt, der irgendwie Microsoft im Diaspora einen Zweck verteidigt hat. Klar, verstehe. Wenn das ja ein Falk ist, was Sie eben angesprochen haben, auch was eben angesprochen wurde, ist da nicht eine Schnittstelle, dass man die irgendwie Sachen verbinden kann oder muss das wieder mit übernäher RSS, wenn man das machen will, verbinden? Also letztendlich gibt es ein Projekt, habe den Namen vergessen, aber das nennt sich sowas wie die freie Open-Source-Netzwerk-API, dass sich alle freien Open-Source-Netzwerke, sei es GNU-Net, sei es Frendica und was es nicht noch alles gibt, was ich hier noch gar nicht aufgezählt habe, dass sie sich alle in einem Pool verbinden können und dass es eine gemeinsame Schnittstelle gibt und dass sie die Daten austauschen können. Dass ich zum Beispiel in Liberty das sehen kann, was gerade durch Statusnet durchläuft oder auch identiker und dass es völlig egal ist, mit welcher Software oder welchen Client ich reingehe, aber das funktioniert im Moment leider noch nicht so. Liberty hat den Ansatz, dass sie über dieses XMPP-Protokoll gehen, dieses Java-Protokoll. Das ist ein einfaches Open-Source-Protokoll, mit dem man leicht Daten austauschen kann und Diaspora verwendet das aber nicht und deswegen haben die da noch leichte Verbindungsschwierigkeiten. Aber in der Zukunft ist es absehbar, dass es egal ist, in welchem Netzwerk ich bin und ich muss dann nur noch sagen, was ich haben will. Und dann kann ich aus anderen Netzwerken das einfach in meiner Timeline durchlaufen lassen und da gibt es ja auch schon Ansätze, die das verbinden. Noch eine letzte Frage. Dann ist ja, wenn Liberty über Java funktioniert oder XMPP als Schnittstelle verwendet, könnte man ja den Account auch dann über die Kommunikation für den Account benutzen und dann über Jitsi oder Pitkin dann praktisch... Ja, also man könnte zum Beispiel dann einen Jabba-Account sich einrichten und immer wenn jemand halt was in meine Timeline posten würde, würde ich das auch über Jabba mitbekommen. Also wenn ich das gerne haben möchte, könnte ich das so machen. Und ich könnte halt auch über Jabba wiederum was in Liberty reinposten und wenn ich dann meine Liberty mit Facebook verbunden habe, könnte ich dann über Jabba sozusagen direkt was auf Facebook posten. Und so kann ich natürlich auch sehr gut Zensur umgehen. Vielleicht hat das mal jemand mitbekommen, in der Türkei gab es ja mal jemanden, der hat so regierungskritische Sachen gepostet und dann hat die Türkei einfach seinen Twitter-Account abgestellt und dann konnte er halt nicht mehr. Aber hätte er jetzt sich das über Statusnet gemacht und so weiter, dann hätten die das gar nicht abschalten können, weil bei Statusnet ist ja ein verteiltes Netzwerk. Welchen Server sollen sie da abschalten? Selbst wenn sie einen abschalten, gibt es noch 100 weitere Server, die das selber anbieten und alle Server können sie nicht erwischen. Das ist ja auch das Prinzip, das Wikileaks verwendet hat. Als sie den Wikileaks-Server abgeschaltet haben, haben das einfach 100 Server gespiegelt und wenn die dann in Russland oder in China stehen, dann hat der Westen halt keinen Zugriff mehr drauf und dann können die das auch nicht erreichen. Und natürlich kann man so Propaganda verteilen, aber man kann sich auch immer informieren, was hat die andere Seite so gepostet und das ist halt nicht so einseitig, wie unsere Presselandschaft teilweise ist. Und Ziel ist es ja, irgendwann ein freies, anonymes Netzwerk zu schaffen, wo man erstmal nicht mehr nachvollziehen kann, wer wahr ist und auch wo man die Nachrichten nicht mehr löschen kann. Also dass halt jeder die Zensur unterlaufen kann und dass es dann sozusagen keine staatliche Zensur mehr gibt, dass jeder halt frei seine Nachrichten ins Internet stellen kann. Natürlich müssen wir dann aber auch alle kritisch das bewerten und wir können ja auch sagen, wir können hier so ein Like drücken oder wir können da runterschreiben, finden wir nicht gut diese Nachricht. Also natürlich kann man dann auch Propaganda verteilen oder Trolle können halt böswillige Hassnachrichten verbreiten, aber dann müssen halt die Administratoren entweder diese Server abschalten oder wir schreiben dann halt dazu, dass wir diese Nachrichten nicht gut finden, nicht weiter verteilen wollen. Denn gute Nachrichten liken wir dann und daran erkennen dann andere Leute wieder, dass es eine tolle Nachricht ist und dass es ihnen lohnt, die zu lesen. Ein anderer Vorteil, den Libertry auch noch hat, wenn ich hier die Suche verwende, dann habe ich eine Volltextsuche, die habe ich in Diaspora nicht. Und zwar kann ich hier mir nicht in Beiträgen und auch in Kommentaren suchen. Und so kann ich halt wesentlich gezielter auch Sachen wiederfinden. Und letztendlich möchte ich aber empfehlen, probiert das alles aus. Installiert es euch oder richtet euch einen Account ein. Nutzt eine Suchmaschine. Es gibt irgendwo Demo-Installationen oder best natürlich ist es immer noch, wenn man das auf seinem eigenen Server selbst installiert und dann einfach am Netzwerk teilnimmt. Also jede weitere Installation macht das Netzwerk ausfallsicherer und man bekommt etwas und dann gibt man ja auch wieder was zurück. Und Libertry verfolgt ja diesen Ansatz, dass sich halt jemand, der Ahnung hat, installiert sich einen Baum und dann lädt er alle seine Freunde auf den Baum ein. Und wenn er dann mit dem Baum kommuniziert, hat er auf jeden Fall alle seine Freunde erreicht. Und dann kann man noch mit dem Wald reden und dann kann man halt die ganze Welt erreichen, wenn man möchte. Und jeder Freund, den ich auf meinen Baum einlade, ist dann sozusagen ein neuer Ast an dem Baum. Und dann kann der Baum wachsen und so soll halt der Baum der Freiheit wachsen und so ist dieses Netzwerk entstanden. Ja, wenn ich sie euch begeistern konnte für freie, offene Netzwerke, dann nehmt es mit. Versucht es mal und so weiter. Ich will nicht sagen, alle Facebook verlassen und so weiter. Das ist vielleicht auch nicht das Richtige, aber ruhig mal über offene Netzwerke auch die anderen mit befüllen und so weiter. Es hat eigentlich nur Vorteile und es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und man lernt auch viel offenere, neue, freundliche Leute kennen. Ich meine, bei Facebook ist man ja doch teilweise, also die letzten Freundschaftsanfragen, die ich bei Facebook angenommen habe, die haben mich alle gefragt, bist du beruflich hier oder privat? Und da merkt man schon, die wollen einem alle irgendwas verkaufen und so weiter. Und das fand ich schon alles ein bisschen nervig. Natürlich muss man das als PR-Manager oder als Marketing-Manager machen und so weiter. Und da braucht man Facebook wahrscheinlich. Aber in den freien Netzwerken passiert mir sowas irgendwie nie. Also habe ich eigentlich mich immer nur mit netten Leuten unterhalten und ja, ohne Hintergedanken. Und wenn jemand Probleme hat, also zum Beispiel bei Diaspora, ist es üblich, dass man einen kleinen Artikel schreibt, ich bin neu hier. Und dann mal gucken, ob ich das finde. Ich glaube, new hier heißt der Hashtag. So, oder auch nicht. Doch, doch. Jetzt dauerte nur etwas. Okay, also wenn man das erste Mal da ist, dann verwendet man diesen Hashtag new hier. Und ich habe es noch nie erlebt, dass nicht sofort zwei bis drei Leute geschrieben haben, du bist willkommen und super, kann ich dir helfen und das ist ja toll, dass du auch mitmachst. Und wildfremde Leute, die einen also gar nicht kennen. Also ich meine, man muss es natürlich öffentlich für die ganze Welt posten. Und so sagt man, ich bin neu hier und will Diaspora mal ausprobieren. Und sofort hat man eine Handvoll Leute an der Backe, die einem helfen wollen und zeigen wollen, wie es funktioniert und fragen, ob man Probleme hat und so weiter. Und ich meine, macht sowas mal bei Facebook. Die lachen euch aus. Also es ist ein wesentlich freundlicheres Umfeld und ja, ich kann nur jeden ermutigen, mitzumachen, das auszuprobieren. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich so und ich glaube, ach, nur eine halbe Stunde überzogen. Mensch, bin ich gut. Aber wir sind ja auch etwas später angefangen. Vielen Dank. Vielen Dank.